Heute geht es um die polnische Freundin. Bei den Pol... Hä? Hä, was ist mein Auto? Hä? Meine Schuhe sind weg. Jeder Pole hat das Ski in seinen Namen. Das ist Blaschikowski. Das ist Kowalski. Und das ist Lewandowski. So typisch wie es ist, sitzen sie gerade alle am Tisch und trinken das polnische Bier Tiski. Hey, Arafat. Ich glaube, die haben Hände aus Steine. Ich dachte, mein Arm sei gebrochen. Hey. Hey. Ich sprach Arafat. Kurwa, erzähl, wie geht's? Mir geht's gut, oder? Ist egal. Also, Kurwa. Was machen Sachen? Arbeit. Ein Polizist. Du bist Polizist, Kurwa. Guck, hier ist Polen. Kurwa. Ich bin Polen. Hier ist Polen. Kurwa. Kurwasky. Brrsch. 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 So verstehen wir uns. Wir trinken eine. Hey, warte mal. Meine Uhr ist weg. Erst mein Auto, dann meine Schuhe, jetzt meine Uhr, ich weiß, wer dahinter steckt. Fuck, Mann, Handy. Kurwa, Mann, Kowalski, Blačikowski, packte namna Kurwa, packten den Polen, schmackte. Kurwa, Mann, bist du dran. Was los me, dojste. Kowalski, Kurwa, ey, ich gebe schon mal an, Mann, was los. Kowalski, Kurwa, Mann, was passiert, Alter? Hä? 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 Arafan? Amit? Was machst du hier, Bruder? Ey, Dika, du glaubst nicht, ich hatte irgendwie nen Date und dann haben die mich verprügelt Dann war mein Auto weg, mein Auto ist weg. Nein. Ich schwöre, mein Oma weg, meine Uhr auch. Dein Handy, mein Handy ist auch weg. Oder bei mir ist genau dasselbe passiert. Deine Schuhe, meine Schuhe, ich hab keine Schuhe an. Hä? Sie haben uns verarscht, Alter. Fuck, Alter, ey. Kurwa, Mann, Kowalski, Bruder, Bruder. Ich hab so viele Namen im Kopf, das ist nicht normal, Alter. Bruder, war Matsch? Blei Schikowski? Irgendwann? Mit Kowalski. Zwei. Eins. Warum lachst du wieder, Alter? Ja, du grinst mal, Alter. Ich glaub, du fühlst das nicht. Barkan, guck mal, ich... Eins. Los. 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 Was willst du? Ich dachte, du bist nicht von deiner Schuhe. Geht's gut, oder? Ist egal. Egal, Bruder, mach weiter. Das ist gut. Das ist scheiße, aber beim ersten Mal muss man das losziehen. Zwei. Eins. Und los. Komm doch! Warum kommst du nicht? Warum brauchst du nicht? Hä? Drei, zwei, eins, go! Nur noch Scheiße. Nur Scheiße einfach, Alter. Das kann's ja gut. Drei, zwei, eins, go! Das kann's ja gut. So, und. Drei, zwei, eins. Warum machst du das jetzt? Ey. Sag doch. Was muss ich sagen? So, Freunde. Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Daumen hoch da. Und Freunde, kommentiert mal, welche Freundin soll als nächstes kommen. Ich mein, es gab ja schon die türkische, die kurdische, die russische. Was noch alles, Mann. Dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.